Ach du dicke Tube, da sah ich hier schon wieder Feierabend und genug für heute. Ja war wieder nix, wenn man denn hier noch ein bisschen fummelt und irgendwie wollte ich ja den Link auch irgendwie denn mal da rüberschieben zu dem Video mit den Grünen. Aber ich fürchte, da hat sich jemand richtig gut ins Knie geschossen, das kann auch nicht, er wollte selbst die Montage der etablierten Parteien jetzt sein, die die Übernahme für die Pseudo-alternativen Parteien vorbereiten. Machen wir ja den Quallen hier so. Aber, ähm, die Kommentarliste dazu schließen kann ja keinen anderen Grund gehabt haben, als wie, dass ich zwar vielleicht der Einzige bin, der ja so eine hässlichen Videos denn macht zu diesem Thema, aber Kommentare werden wohl gesättigter Unflat, sagen wir mal. Also da werden sie sich wohl Volkesmeinung oder nicht eine mehrheitliche, aber auf jeden Fall werden sie sich mehrmals wiederholt die Unsachlichkeit des Herrn Lesch angehört haben, beziehungsweise den ganzen Mist ihrer Veranstaltung da. Wollte ich nur noch kurz nachlegen, weil ich meine, wenn ich da nicht den Krieg vielleicht mit einem dritten Titel auf den Lesch hier noch ein paar von den drei Zuschauern oder so. Aber ansonsten wird ja von denen da keiner mehr weiter gelenkt oder zufällig auf mein Video stoßen. In diesem Sinne, jetzt aber. Nun ist genug für heute. Also jetzt ist aber wirklich Feierabend. Ich muss ja auch mit der Hunde gehen und duschen vielleicht oder so. Boom Shiva. Peace. Peace.